Okay, mach dein C4 hier an den, an den, an den, an den Quadra. Komm, jetzt steck auf. Du kannst ja zünden, gell, während wir fahren, oder? Ja, warte, keine Ahnung, ich probier's einfach. Let's do this shit! Wow, warum bin ich gestorben? Weil du C4 gezündet hast! Hä? Du hast doch gesagt, ich soll zünden. Nein, ich hab gefragt, ob du zünden kannst. Achso. Oh, Dima, mann. Oh, mann. Warte ganz kurz, ich muss schon was bei dem Heli regeln. Mach dein C4 da ran, mach dein C4 da ran. Oh, falscher Klopp. So ein Bauer, ey. Jetzt mein C4 kaputt. Warte, 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 warte. Okay, okay, pass auf, jetzt lassen wir ihn weg. Guck mal, wer uns anguckt. Was macht der da? Lass es nicht hochgehen, Dima, gell, noch nicht? Was macht der da? Oh, er hat überlebt. Nein, der ist rausgesprungen, he? Warte, warte, ich hatte eine bessere Idee. Komm her, komm her. Ich leg all dein C4 auf Mainz. Nimm den Quad und stell dich drauf. What the fuck? Ja, genau. Alter. Wie war ich nicht geflogen? Oh, Gott. Ich bin down. Oh, wie der in der Kuh steht. Möö. Oh, da ist einer eingeschickt. Nein, es ist einer drin, es ist einer drin. Lass ihn hochlegen, hoch. Und jetzt. What? Ah, ah, ah. Das ist der. Warte mal, guck, ob wir den wegsprengen können. Komm her. Leg mal all dein C4 hier unter ihm. Verschwinden deine anderen oder sind die nach da? Das Ding hier, ne? Ich erwarte mir nur drei. Guck mal, er fährt mit mir. Digga Bauer. Mach ein richtiges Battle, alter. Fight. Alter. Alter. Was machen die? Ey, Jungs. Oh! Was wird das hier, Jungs? Ich lass ihn wegfliegen. Komm, komm, warte, warte. Nein. Oh, der ist hier. Er steht hier. Ich hab keinen C4 mehr. Der stellt sich freiwillig drauf. Der stellt sich freiwillig drauf. Okay. Let's do this! Warte. Okay, zünde, wenn du bereit bist. Zünde, wenn du bereit bist. Let's go! Danke. Ich glaub, er will als nächstes. Er will als nächstes. Digga, warte, 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 warte. Let's fucking go! Yeah! Okay. Komm mal, was ist das? Wow. Ruhig. Scheiß Panzer. What the fuck? Jetzt ist hier auch noch ein Heli gespawnt. Alter. Verpisst euch mal. Guck mal, hier drin liegt. Ich glaub, der kommt nicht mehr raus. Ne, klapp auch nicht. Da drunter ist schon der nächste Quad gespawnt. Kann man da einsteigen? Ja, ich kann einsteigen! Oh mein Gott! Ja, 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 ja! What the fuck? Wo bin ich hier? Let's do this! Brauchst du da rausgekommen? Brauchst du da rausgekommen? Keine Ahnung. Warte, der andere sprengt jetzt den weg. Der andere sprengt den jetzt weg. Ich glaub, das wird nichts mehr. Ich glaub, das wird nichts mehr rausgekommen. Ich glaub... Ich glaub... Ich glaub... Lass hochgehen! Nice! Yeah! Geschafft! Yeah! Ich bin gestorben, gell? Mich hat's so schnell gegen den scheiß Berg gegen gehauen. Fuck!